Dortmund verpatzt den Champions-League-Auftakt, Salzburg startet heute in die Millionenliga und Nowak scheitert in Köln. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE-AT-Sportstudio. Gestern gab es zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison einige Überraschungen. Borussia Dortmund geht in Rom gegen Lazio unter und muss sich mit 3 zu 1 geschlagen geben. Das Ehrentor für den schwach spielenden BVB erzielt dabei Ex-Salzburger Erling Haaland. Ebenfalls überraschend unterliegt Vorjahres-Filanist Paris Saint-Germain Manchester United mit 2 zu 1. RB Leipzig siegt hingegen souverän gegen Basak, sie ist ein Bull mit 2 zu 0. Teamspieler Marcel Sabitzer sieht aufgrund seiner Oberschenkelverletzung das Spiel 90 Minuten lang von der Bank aus. Konrad Leimer stand wegen seinen Knieproblemen nicht im Kader. Juventus Turin legt auch ohne Cristiano Ronaldo einen guten Start in die Champions-League-Saison hin. Der italienische Meister setzt sich bei Dynamo Kiew mit 2 zu 0 durch. Der Superstar ist in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich deswegen in häuslicher Quarantäne. Auch Barcelona gibt sich keine Blöße und siegt gegen Ferenc Swarovsch mit 5 zu 1. Heute startet unser Meister Red Bull Salzburg in die neue Champions-League-Saison. Um 18.55 Uhr wird das Spiel gegen Lok Moskau in der Bullen-Arena angepfiffen. Die Bullen wollen dabei einen ähnlich furiosen Start in der Königsklasse liefern wie letztes Jahr, wo sie gegen Genk mehr als überzeugend mit 6 zu 2 gewonnen haben. Mit dem russischen Vizemeister ist er vermeintlich schwächste Gruppengegner zu Gast. Um vom Aufstieg in Gruppe A mit den Top-Mannschaften Bayern München und Atletico Madrid weiter träumen zu können, sollte heute Abend schon ein Heimsieg eingefahren werden. Maximilian Wöber meint dazu im Interview, auch wenn wir die wahrscheinlich schwierigste Gruppe erwischt haben, können wir viel erreichen. Wir drücken den Salzburgern in jedem Fall die Daumen. Mit dabei sind sie heute natürlich im Live-Ticker auf krone.at. Das zweite Spiel der Gruppe A ist ein absolutes Topspiel. Um 21 Uhr empfängt Bayern München Atletico Madrid in der Allianz-Arena. Dabei starten Alaba und Co. in die Mission Titelverteidigung. Schlechte Nachrichten gibt es jedoch für den deutschen Rekordmeister. Gestern wurde bekannt, dass Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Der deutsche Nationalspieler befindet sich bereits in Quarantäne und wird vorerst ausfallen. Noch gestern Vormittag nimmt Gnabry am Abschlusstraining mit der gesamten Mannschaft teil. Außerdem müssen die Deutschen auf Leroy Sané verzichten, der aufgrund einer Kapselverletzung im Knie pausieren muss. Fünf Tage nach seinem ersten ATP-Turnier in Köln kommt für Dennis Nowak beim zweiten 250er-Turnier überraschenderweise schon in der ersten Runde das aus. Der Österreicher, der in der Vorwoche in Köln erstmals ins Viertelfinale eingezogen ist, muss sich gestern Abend schon nach 63 Minuten gegen den deutschen Lucky Loser Oskar Otte mit 3 zu 6 und 2 zu 6 geschlagen geben. Alle Bet1 Hulks Championships-Partien in Köln können sie im Livestream auf krone.at mitverfolgen. Für Österreichs zweitbesten Tennisprofi geht's ab kommenden Wochenende bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle im Heimturnier weiter. Nachdem in der Formel 1 schon über die Ablöse von Alex Elben bei Red Bull spekuliert wurde, befeuert Helmut Marko nun die Fahrerwechselgerüchte. Im Gegensatz zu Max Verstappen, der für die nächste Saison gesetzt ist, steht der 24-jährige bei Red Bull Racing vor einer unsicheren Zukunft. Sollte Elben die Erwartungen weiterhin nicht erfüllen, müsste sich das Team außerhalb des eigenen Nachwuchskaders umschauen, so der Red Bull Motorsportchef. Was dem britisch-thailändischen Fahrer fehlt, sei die Konstanz, meint Marko dazu. In Aussicht wären der Deutsche Nico Hülkenberg und der Mexikaner Sergio Perez. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Mittwoch und bis morgen im krone.at Sportstudio.